Es freut mich sehr, das neue Gesicht von Peugeot zu sein. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Jetzt dürfen die Zusammenarbeit einzugehen und ich freue mich auf die Zukunft. An elektrischen Autos fasziniert mich, glaube ich, vor allem die Beschleunigung. Die ist so sehr cool. Zusammenarbeit mit Peugeot bringt mir grundsätzlich sehr, sehr viel für meine Karriere. Es ist auch sehr hilfreich, dass ich mit dem Auto immer sehr, sehr gegebig unterwegs sein kann. Das ist für mich natürlich auch zeitsparend und fördert meine Flexibilität. Eines meiner Karriereziele sind natürlich, hoffentlich mit der Spitzen vorne mitzulaufen. Und ich hoffe, dass ich international Medaille gewinnen kann. Die Parallele zwischen dem Elektroauto und mir ist vielleicht eine Beschleunigung. Ich würde sagen, dass ich gleich noch schnell aus dem Block komme, genauso wie das Auto. Und ich gehe jetzt mal wieder auf dem Lenkchen. Also bitte, ich gehe nach der Spitzen von dem Geheimdiensten Zeitung.